Ohne ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir diese Quest mit dieser Kugel gestartet. Irgendwer hat die heilige Kugel geklaut. Die Frage ist nur wer. Er hier meinte... Ja. Jetzt kommen immer wieder Leute ins Office. Es war niemand Verdächtiges dabei. Wer genau? Himba und Melo. So. So, Melo haben wir gesehen. Die hat nur eine Karotte geklaut. Ansonsten. Himba wollten wir auch nochmal beschatten, aber... Na, mal gucken. Himba. Dorea und ich passen immer auf. Niemand außer dem Dorfbewohner darf hier rein. Wer hätte das nur geschafft? Nur Dorfbewohner? Ja, die Dorfbewohner können jederzeit hier vorbeikommen. Zuletzt war nur Himba und Melo hier. Früher waren sie immer gegen Mittag hier, aber in letzter Zeit kommen sie oft nachts. Wahrscheinlich sind sie tagsüber sehr beschäftigt und am Abend einfach etwas Ruhe. Das kann natürlich sein. Die Frage ist... Finden wir Himba des Abends irgendwo? Na, wenn das nicht link ist, was fühle ich denn um diese Zeit hier her? Was machst du denn da? Ich... Also ich... Ich war auf Patrouille im Dorf. Ja, der Übelton, der könnte sich schließlich überall verstecken. Aber ich sollte Kado wohl nicht allein in die Wache schieben lassen. Entschuldigt mich, ich gehe wohl besser wieder zurück. Ich will ja nicht sagen, das erscheint mir gerade sehr, sehr verdächtig. Aber... Das erscheint mir sehr, sehr verdächtig. Ich wollte eigentlich zu Himba hochgehen, aber das... Ja, die Frage ist, wo ist die? Da war ja die Großmutter. Na, na. Melo? Wo treibt sich Himba rum? Himbaba. Himba. Wo bist du? Ich bin stärker als er. Angriff ist die beste Verteidigung. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Ja, doch. Interessiert du dich für Angriffstechniken? Sehr gut. Das ist der erste Schritt, um den großen Dritter näher zu kommen. Schicker zeichnen uns sowohl in den geistigen Disziplinen als auch im Kämpfen aus. So manche heime Technik wird von einer Generation in die ist so weitergegeben. Ich kann dich nicht alles lernen, aber ein paar Tricks gebe ich dir gerne mit auf den Weg. Achso, das kennen wir bereits alles. Gut. Oh, er geht jetzt wieder los. Warte mal, dann... ...werden wir uns doch mal einfach dahinter klemmen. Und dann... ...dö, dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Total unauffällig. Hmm. verlässt ihm 2 Uhr nachts seinen Posten das ist natürlich auch ja komisch dübe 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 dann ist ja doch ich glaube er ist es oder rennt er los muss was tun dann tue es halte mich mal ruhig folgt ihm einfach naja ja ach so und ich bin einer fehlen information aufgesessen sind nicht 100 freine 120 das heißt uns fehlen dann nach diesem schreien hier noch 20 die finden wir aber sicherlich auch noch ich habe auch schon tipp gekriegt wo noch einer ist in der nähe von der htl festung mal schauen die kriegen wir noch alles wird wie gesagt es wird kein 100 prozent dran aber sport exe nehmen wir mit zumindest die schreine möchte ich komplett haben die crocs lassen man bei seite und rüstungen auf maximum verbessern mache ich jetzt auch nicht unbedingt nur rüstungen die für mich interessant sind die erweitert eventuell noch ein bisschen aber so muss nicht sein das war gar nichts dieses kackwetter jetzt geht einfach bis dahinten hin mensch aber wer soll sich zeigen aha ich weiß dass du hier bist komm schon raus da musst du nicht herumschreien bin ja schon da also was also du hast das juwel gestohlen da ist aber jemand sauer ich dachte mir schon dass das juwel den dorf bewohner wichtig ist warum hast du es gestohlen ich bin überrascht dass du fragst warst du nicht der erste der uns verlassen wollte du musst es doch am besten wissen was das bedeutet aber am ende hast du mir sehr geholfen um dich kümmere ich mich gleich ich kümmere mich um den typen der sich dort versteckt spüre den zorn meines meisters mein meister ist tot was für ein kampf du hast rein gar nichts gemacht was soll denn das ich kann nicht glauben dass wir jemand gefolgt ist ihr wisst es wahrscheinlich schon aber das ist alles meine schuld es hat keinen sinn ist zu leugnen ich bin ein jäger sowie er aber nachdem ich meine spätere frau getroffen habe und vater wurde wollte ich mein altes leben hinter mir lassen und deswegen ist meine frau ich wollte nicht dass sie meine familie noch mehr antun also habe ich meine position als wächter genutzt und ich habe immer formationen über euch das dorf zugespielt und dann habe ich letztes habe ich mein letztes bisschen mut zusammen genommen ich wollte mit denen nichts mehr zu tun haben und meine kinder beschützen aber ich hatte sie unterschätzt und so haben sie auch noch ein paar jahr mit hinein gezogen ihr wisst es war ich schon aber mit diesem heiligen jubel ist ein antiker schrein öffnen wir hatten bisher kein glück aber euch könnte es gelingen ein paar jahr und wir wollen wir wollen euch alle helfen aha dann legen wir jetzt das jubel auf seinem platz bobo boop sssssssssssst bop ja ja 7 8 8 schrei ja yay sehr gut ein schwein also wirklich der schlüssel zu diesem schrein link ich habe kein recht darum zu bitten aber könntet ihr was ihr geschehen ist für euch behalten ich will nicht dass meine kinder ich will nicht dass koko und priko darunter leiden müssen ich weiß ich kann das geschehen nicht wieder gut machen weil ich werde von nun an das dorf und meine familie mit meinem leben beschützen ein gut das war eine unsichtbare barriere hallo ich bin hier drin fest ist ja doof so was haben wir hier also noch mal was haben wir hier ich hatte ich 100 100 klang sogar einer runden zahl aber 120 macht mehr sind war ja damals schon bei bei super mario waren sie auch 120 sterne selbes prinzip wir bekommen muss die große wert so ein bisschen schwert und guttags schwingen da macht es auch mehr sinn ich habe mir erst gewundert warum die herzleiste nicht komplett voll wird also die zweite reihe aber das haut dann ja mit den verbliebenen fünf 20 schreien 5 5 herzen haut das dann haut das dann hin das hat immer noch nicht hin und mal gucken so dann gehen wir jetzt zurück zu im pauch würde ich sagen beziehungsweise wir holen uns eben das nächste herz ab und gehen dann zu einfach ist das wort für kack wetter in dein bitte herzen ja ja jetzt kommen noch ein paar rein und dann schau mal eventuell nach ht nur an der festung ob da noch ein schreien ist so hallo ok ich dachte jetzt irgendwas zu der kugel die pia wie geht es dir nach link wenn ich nicht da wo das juwel ja also eigentlich was das juwel also hat also seine bestimmung erfüllt da fällt mir ein stein vom herzen endlich war der schatz den wir so lange gehütet haben euch dienlich ich könnte gar nicht glücklicher sein link mögen die alten götter euch auch weiterhin beschützen warum war es da kurz schwarz ich verstehe das nicht so hat ht nur an der ht nur festung jetzt überlegt ob ich eventuell vom ht nur turm aus was sehen kann stimmt hier ist noch sehr viel freiraum das ist institut er stimmt in der ht nur mehr echt nix da fehlt uns bestimmt noch einiges ich gehe mal zum turm und halber von daraus auch schau werden wir bestimmt noch mindestens zwei finden ansonsten wird es langsam kritisch müssen wir taktisch vorgehen und gucken wo noch platz ist auf der karte ist man nämlich erstmal näher ranzoomt ansonsten wenn die zeichen größer sind dann fällt das nicht so ins auge ist das hier wenigstens gutes wetter natürlich nicht so schau mal hier ist sie nix die komischen dass das dorf hinterm wasserfall vielleicht ne oder waren wir da schon wo kommen eigentlich hin und mal da der weihesee da vielleicht hinter das ist einfach mal straight darunter da hinten mal wollen die ht nur festung da stimmt das auch platz das haben wir aber vielleicht hier hier oder hier die möglichkeiten sind mannigfaltig wir gehen glaube ich einfach mal hier wird es durch simpfe das war auch noch der man bisher noch gar nicht gemacht mensch da müssen wir schauen also ich glaube wir fliegen erstmal durch die bubinga wälder und dann gehen wir hier zur festung und gucken uns hier mal um das heißt wir müssen dadurch darüber durch passt das wieder geschrieben ach so ok ne dann kommt das hin gut kaum wunderschöne was ein mieses dreckes wetter eislich könnte mir die auch noch was vorstellen das ist irgendwas verdächtiges schmerz oh ja klar pfeiler habe ich auch keine mehr ja keine pfeile mehr äh das ist jetzt sehr unnützig aber im haufen also streine haben wir irgendwas zum platz hauen mhm und wir brauchen die wächter axt ne warte mal war die wichtig ist das die passende ähm die müssen wir äh so machen wir jetzt mit der mal aber die ist rein gar nichts lass mich hoch also wo sind wir jetzt da ok den bubinga wälder war da auch noch ein wächter oder der da rumflaniert ist der müsste jetzt auch wieder da sein war ja schon eine ganze weile nicht mehr da so äh 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 und das bessere ist die mal so man hat schon mal hier rumstehen vielleicht hier noch irgendwas so verdächtig aus kann mich natürlich auch täuschen okay sind auf jeden fall ziehen nicht unbedingt das was ich suche ein bisschen bald ab dem kurs bingerwälder da eventuell da waren wir auf dem berg wir kommen bald in das sumpfgebiet stürzen wir einfach mal runter ja Wenn wir gerade schon mal da waren. Das viel auch mal eben anpiksen. Okay, jetzt nicht ein schreinmäßiges. Ich suche mal eben den Kommentar nebenbei raus. Oh, warte, ich suche den Kommentar gleich raus. So, ähm. Ach, ne, komm. Ist hier im Fluss irgendwo, weil hier ein Boot ist? Weg. Das Wetter wieder kakel. Mensch. Ich halte mich mal eben hier. So. Ähm. Knapp unter dem... Achso, das sind beide Schrein-Quests. Unter dem Hateno-Turm. Hm. Nee. Unter dem Hateno-Turm. Also nicht hier in der Festung. Vielleicht gehen wir einfach mal den Weg hier lang, dann kommen wir ja eh zum Turm. Vielleicht Blinker dann ja irgendwann irgendwas. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, ich glaub so, ne, in diesem Gebilde hier irgendwo, wa? Komm her! Wofür dazu? Und drauf, drauf! So! So wie der Punkt direkt im Headset klar geht, Moment! So! Nimm mal die! Hey, Pfeile! So! Es sind beide Schreien Quests, also eventuell muss ich erst mal irgendwo anders abholen. Das heißt, ich muss erst mal gucken, dass ich irgendwen an laber. Der mir sagt, da ist ein Schrein. Knapp unter dem ht-notur. Ist das richtig? Knapp unter? Rechts neben Angelstedt? Rechts neben Angelstedt? Das hier? Hier wahrscheinlich was. Okay. Wird auf jeden Fall eine Sucherei. Wir sollten eventuell nochmal jede Stadt durchgehen. In der Hoffnung, nochmal eine Quest zu kriegen. Wird auf jeden Fall eine große Erklärung? Wird auf jeden Fall eine große Erklärung? immer diese bananen die die mit haben so knapp unter dem hat hier nur turm also wahrscheinlich irgendwo da da hinten also in dieser kuh gehen wir mal runter mit sehen wir irgendwas nichts so wohnt hier jemand das ist jetzt mindestens ein tagebuch ist nichts knapp unter dem turm lässt sich weit fassen hmm hmm okay hmm ich hätte jetzt zumindest ein tagebuch erwartet da nix gucken wir uns erstmal um oh ja klar frage ist knapp unter dem turm aber in welcher richtung das geld ne klingel mal so da mal vielleicht das sieht doch äußerst verdächtig aus da ist ein zweck entfremden das wird markiert das war eine ordentliche ausbeute so jetzt müssen wir da hoch hm 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 Oh Gott. So. Äh, hey. Oh. Das kann man so annehmen. Hm. Hm. Knapp darunter. So, wir gehen einfach mal nach Athenow. Vielleicht wissen die, was das Portnum sind, oder den Effekt, spare ich mir einfach mal. Vielleicht wissen die, die Hadenoyana irgendwas. Und wir können den Knirps noch pflanzend sein. Hm. Boah, Samstag Nachmittag, super müde. Ja gut, ist ja schon spät Nachmittag. Ist ja 7 Uhr. Das ist eigentlich noch eine völlig humane Zeit, aber... Äh, Wochenende. So. Erstmal... ...vernünftig anziehen hier. So, die Knirpsen schon im Bett um 21 Uhr. No. Dann. Oh. Mhm. Oh. 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 Hm. Läuft einfach so nachts ein Typ durchs Haus und verwüstet alles. Macht man halt so. Hm. 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 Dünününününün! Ach komm, gönn uns mal ein richtiges Bett! Gegen Mittag ist okay. Auf jeden Fall danke für den Tipp an Firo, der hat ja den Kommentar nicht geschrieben, rechts von Angelstedt ist wohl auch noch was, ähm, ja, ich dachte erst, ich könnte das lesen, aber okay, so, dann müssen wir halt gleich mal jede Person anquatschen und hoffen, dass irgendwas bei rumkommt, so, da bin ich schön, yay! Oh, hab ich die noch? Nice, gut, dass wir die sowieso dabei haben. Oh, nice! Jetzt kommt's. Antike Schwert. Muss ich mir kaufen. So, wir gucken mal eben nach irgendwelchen Questabgaben. Nö, ist das nur Werbung? Nö. Hallo, guten Tag, keiner da. Hm. Hallo, guten Tag. Keiner da. Hm. War der Windmühle vielleicht jemand? Ich weiß auch, aber ein Stall irgendwo? Sonst wohnt da ja keiner mehr. Ne. Du weißt auch nichts. Na gut, laufen wir halt mal hoch bis zum Institut, vielleicht weiß Pura ja irgendwas. Oder so. Das ist jetzt ein bisschen was Schwieriger rauszufinden, wer ne Quest hat. Schreien Quests hat man bisher nicht so viele, ne? Na gut, es sind schon ein paar, aber... Hm. So, räuchten wir mal, vielleicht gibt's irgendwelche Infos. Doch. Hm, 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 hm. Ach. Aha. Hm, hm, hm. Nehmt hat er damals das hochoffizielle Amt der Königlichen Beraterin inne. Aha. Letzten Endes lief es darauf hinaus, ähm, was, dass sie mich zügeln musste, wenn ich allzu großen Unsinn ausheckte. Ah ja. Ja. Aber seitdem ich bloß halber von der Verheerung heimgesucht wurde, fließt auch kein Geld mehr ins Institut. Die letzten 100 Jahre muss ich mein Privatvermögen in dieser Arbeit checken. Ich bräuchte nur ein paar Millionen Rubine, dann könnte ich ein paar neue Module erforschen. Ne, okay. Ja. Verbindungen, Fotos hinzufügen? Ach, heil je. Aha. Ach, man kann das doch alles kaufen? Okay. Na komm. Ach, die Ärzte kann man... Ah, okay. Oh. Oh. Okay. Ne, das war's, danke. Cool. Ne. Ne. Sollte sie nicht auch noch irgendwelche Aufzeichnungen? Fotomodul. Uäh. Schnarch. Hilfe, was denn Kudelmudel? Ähm. Was ist denn mal hier? Hm. Für die nicht auch noch irgendwo nen Tagebruch? So erst nach oben, ne? Hallo. Hallo. Komm. Psst. Rivalis Sturm ist weg. Bereit. So, ich bin zu doof und... Hallo. Ey, es ist... Ach. So, wo kam der nicht rein? Aber nicht hier ausläuft man hoch. Okay. Na gut. Das ist jetzt hier eher unspannend. Ey. Ne. Ne. Wieso? Schau mal hier... Entwicklungstagebuch für das Modul Jungenbrunnen, streng geheim. Nullter Monat, X-Data. Heute beginne ich mit der Entwicklung des neuen Moduls Jungenbrunnen. Wenn das Projekt gelingt, werden wir Veteranen verjüngen und so unsere Armee verstärken können. Mit so einer Armee könnten wir uns verteidigen, wenn die Verheerung an und wiederkehren sollte. Nicht nur Soldaten, auch Arbeiter aller Art könnten auf diese Weise verjüngt werden. Nicht nur für militärische, sondern auch für zivile Zwecke könnte dieses Modul einen großen Nutzen darstellen. Drei Ektar Monat, vier Ektar Tag. Die Beta-Version des Moduls Jungenbrunnen ist fertiggestellt. Ich habe diese Funktion sofort in meinem selbst hergestellten Schikaschlein hinzugefügt. Ich selbst war das erste Testobjekt. Simon hat das Modul aktiviert und auf mich gerichtet. Nach 20 Sekunden Bestrahlungszeit fühlte ich mich erschöpft und fielig, weshalb wir das Experiment abbrachen. Ich muss da wieder Partende machen. Verdammt. Ich werde heute früh zu Bett gehen und die Analyse des Ergebnisses des Experiments wird bis morgen warten müssen. Zweiter Tag nach Einwirkung der Jungenbrunnenstrahl. Die starke Müdigkeit des gestrigen Tages ist verflogen. Mein Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass meine Haare bis zum Boden reichen und meine Falten verschwunden sind. Der Jungenbrunnen-Effekt ist tatsächlich eingetreten. Nur seine Geschwindigkeit weicht von meinen Berechnungen ab. Sofort weckte ich Simon und ließ mich eingehen und untersuchen. Größe, Gewicht, Sehkraft, Bluttest, Elektrodiagramm... Elektro... 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 Elektrocardiogramm... Elektrocardiogramm... So, Knochen-Dichte, alles entspricht einer 50-Jährigen. Das bedeutet, dass... Warte, in einer Nacht habe ich mich um mehr als 70 Jahre verjüngt. Was, die war vorher? 120? Ich hoffe sehr, dass ich morgen früh nicht als Embryo aufwache. Dritter Tag. Beim Aufstehen fühle ich mich voller Energie. So gut wie ich erzähle, so wie ich erzähle... Ah, der ist 30 Jahre alt. Aha, aha. Wir lesen später weiter. Aber jetzt machen wir erstmal Part an... Part an... Part Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag bis dahin. Peace.